Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich hab gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich steh auf schnell. Zoom! Zoom! Wow! Alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Ähm, Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder! Der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden! Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich hab mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Äh, Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären dann noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg! Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu! Gekko! Ja! Connor wird zu! Catboy! Amaya wird zu! Eulett! Die DJ Mest! Na los, na los, na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte Eulett! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Kassenflitzer! Ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs! Lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts! Warte, Eulett! Da sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis. Weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja! Und los! Ah! Das ist super cool. Ja! 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 Das ist schön! Ja!